Ich fahr so auf der Autobahn, im Bus, da seh ich einen Raster, Mann. Ich steh da so am Straßenrand, zu Fuß, und halt den Daumen raus aus meiner Hand. Ich halt mal an der Straße, frag jemand, wo lang? Ich will hier zum Chat, ins Freiheit gefühlt. Ich bin schon Rester, auf dem Weg direkt dahin. Da hat sich nachher hier keine Comic mit ein kleines Stück. Setz dich rein, dreht was eigentlich nicht zurück auf diesen Trip. Und wohin fahren wir? Auf der Fahrt am Organa. Durch jedes Panorama ist sie warm. Und auf uns unter Leila, wo? Einmal um den Globus. Zwei- oder drei- oder fünfmal um die Welt. Und wenn einer auf Klo muss, dann geht's ein Klo im Bus. Kein Grund, dass man anhält. Denn das Leben ist wie eine große Autobahn. Lass uns nicht lange überlegen, sondern losfahren. Wohin ist egal und wo lang, wenn wir mal sehen, es wird immer weitergehen. Die Düsen durch, steppt man durch Felder, checkt man die Bilder. Einmal um den Wursten, versteckt in tiefen Schluchten und bei den Pyramiden. Da wär man fast geblieben. Wir haben uns umentschieden. Wir haben uns entschieden. In Tela, Korea. Wir suchen die Gebräer. Und wenn der Baba kürten wir den Kilometer ziehen. Als Schleifzeiwahn waren, wollten man so da anfahren. Das hatten wir kein Plan, man. So kamen wir nach Japan. Und da fängt man den Pfeil, der Pfeil, der Hammer. Doch, das wird gerade das Kinks mit Zigarren aus der Branche. So viel Lekai, und die Mongolei, drücken wir vorbei, zum Eingang. Schleifte Polizei, die Wappenkreis. Fahr uns dann in Madagaskar, war ein Freak aus Alaska. Er macht die beste Pasta, Pasta. In einer große Autobahn. Lass uns... ... ...